doch jetzt hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von ttt mit den üblichen verdächtigen schnabbelketschen chris stoneblade methbrillchen und gamedragon hallo ich will den tobi abmoderation haben bis dahin und bis dahin und bis dahin hallo ich mag euch alle nicht alles klar sie ist chaos nein das war nicht mit absicht nein lass mich das war nicht mit absicht ich wollte eigentlich nur auf meine insel wechseln ok ich hau dich ich hab mich dran gewöhnt ich bin in meinem traum im weinkeller das habe ich schon gehauen das ist dein persönliches ziel oder was das habe ich eigentlich auch schon ist egal ja warte 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 ja das ist meins hier rauf auf den hintern ok oh ja da hast du ein zweites pupsloch das ist gut du hast mich schon gehauen ich hätte es schon zweimal gehauen nein entfrieden kein drittes mal nein ich habe nur echt aus der see geschossen aber du wärst tot oder der war fast tot gewesen wie ich denn hier geht es nicht hin erzi ist tot warum ist erzi tot du wirst nicht doch dass irgendjemand gestorben ist weil er die krober ich war gerade da oben die frage ist welche Wache hat ihn getötet der krober hat ihn getötet alles klar hast du es echt geschafft jemanden mit einer krober zu töten kannst du es zugeben du hast meinen respekt hier bist du offensichtlich schon wir haben sie von mir weggerannt äh was war's äh hier ist Gobi hat noch volles leben ok ich lass mich jetzt auch nicht auf einer riecher schlagen komm in die krober ich halte ihn hier fest ich schieße was komm Snow komm 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 ich glaube ich stehen bleiben oder schieße Alter leg mich doch am Sack hey hallo Drang hey ich glaube wo Stormy ist das weißt du habe ich dich jetzt nicht getötet ist doch klar wenn sie ein krober hat das ist kalt aber sie hat auch mit einem mit einem krober hat sie über 28 schaden gemacht weil ich 28 Leben hatte und auf einmal war ich tot critical hit ja ich dachte ich du wärst Chris ich hab deinen Namen nicht gesehen hehehe ich steilte hinter dir ja und da steht Chris vor mir ich hab Arisha wer alles ich hab mich gerade jetzt getötet ich hab eine Kanabe geworfen ich ich hab das Mauch aber ich wollte die so weit werfen dass ich Arisha abschütteln kann aber dann hab ich dich getroffen ja und dann hast du Schrot im Gesicht ja das ist mir aufgefallen hehehe grad so hä ja ich hab gedacht so ein kaltes Schrotz sein und er hat die Passe auf hm Entschuldigung ich wollte eigentlich echt nur auf die Insta wechseln und in der Sekunde ist das Menü weggegangen dann hab ich geschossen ja ja ich möchte hier raus ja dann geh doch du musst zweimal dagegen schießen oh oh pfff really nigga steht da vorne steht da vorne vorn glasfenster äääh hau ab haa 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 hea haa 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 Und wie hab ich das Gefühl hat Angst vor mir? Warum habt ihr nur Angst vor mir? Wusstest du da schon das Feierabend? Weil du ne Mörderin bist! Nee, das ist sanke, dass du mir das beigemacht hast. Ergrennen! 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 Ach, Dieter! Ich glaube, Cracken ist echt tot! Ich fitt aus dem Haus nicht raus! Okay, ich hab dich getroffen! Ich wurde ja eben getroffen! Hau ab! Hau ab! Hau ab! Hau ab! Hau ab! Das macht Spaß! Bleib stehen! Nein! Hallo Storm! Hi! Ich versteck mich hier vor der Crowbar! Ich auch! Ich hab nur eins hier! Ich will mich noch rächen! Gute Idee! Ich find sie nicht! Wehe, ne? Jaja, ich tu da nix! Weiß du nix! Ich seh die ganze Zeit nur Dragon, ey! Was ist das? Ich weiß, dass du sie töst! Wann? Shit! Hier ist ne Bombe! Oh Gott! Echt? Ja! Den entschärft doch mal die Bombe! Ja, aber ich weiß nicht wo sie ist! Geh ich aufs Maus raus! Äh, sie explodiert gleich! Ich glaub sie ist um! Ich glaub sie ist um! Ach shit! Ach so! Du wolltest mich ja wieder schlagen! Ja! Das war irgendwie befriedigend! Ja! Wo lag die Bombe? Lag die unten? Oder? Ja, die war unten im Haus in so einer Sackkasse! Ja! Hab ich mir gedacht! Ich würde gerne auch mal Traitor sein! Nein! Bitte nicht! Wer möchte mal nicht Traitor sein? Ich hab dich mal rausgeholt! Oh, war rausgeholt! Was soll ich sagen? Komm, seid ihr alle Tage! Ich war euch nicht ein einziges Mal Traitor! Ach so! Geh weg von mir! Wieso gibt's ja Muni aber keine Waffen, Mann! Oh, Waffe! Na, was meint? Waffe! Ich hab ne Shotgun! Ob ich die weg? Hm! Egal, find ich gut! Geh weg von mir! Verpiss dich mal! Was ist Chris jagen? Nö! Das macht mir grad Spaß mit dir! Das wär so verlochend abzudrücken! Nee, du schlägst dich ein! Das hab ich mir eben aufgedacht in den Tunnel! Du bist der Fu... Du... Du erriss ist es übrigens! Okay! Okay! Damn! Halvi ist ein Boomerang ausgepackt! Alter, hättest du Dragon nicht angeschossen, ja! Ich war... Ich war angeschossen, ich hab ihn mit! Ja, aber hätte Dragon an Richard nicht getötet, ich... Zwei Sekunden später hätte ich abgedrückt. Ich werde euch so ein Minus-Karma vom Zucker geben. Keine Lust, jetzt im Internet danach zu suchen. Oh, es gibt den Herd. Ich weiß, dass du den besitzt. Was, den Herd? Was ist mit deinem Karma passiert, Chris? Das ist eine lange Geschichte voller Missverständnisse. Also es gab leider viele Tote in dieser Zeit. Nein, jetzt hat er mir die Dige genommen. War's? Ja. Durch wir alle resetten. Nein, nein, nein. Das sind ja unsere Fehler gewesen. Ich würde zu dir reagieren, aber ich weiß nicht, ob ich dir traue. Ich glaube, ich habe sie abgedrückt. Es ist Chris noch, nicht Herr Riecher. Alles cool. Ach, es ist Chris? Nein, nein, nein. Ich bin nicht Traitor. Du bist ganz schön Trigger-Happy. Was ist denn da los? Ich stelle mich in die Ecke, wenn du mich schlägst, bist du tot. Ich glaube, ich bin jetzt tot. Warum schießt ihr euch immer gegenseitig? Ja, was tut ihr denn da? Bleib stolz, ich habe sie gewarnt. Ja, okay. Wenn ich töten bin, ist es Mads. Nein, Erzi ist jetzt über dir. Erzi, hau ab! Nee. Oh Gott, Dragon. Ah! Da war gar nicht mehr den Nutzen im Keller, Erzi. Der ist hier, Grin. Hier. Ist gelogen. Was? Der Pumarang hat sich durch die Wand gelogen. Gelogen. Der Pumarang hat sich durch die Wand gelogen. Nein! Das ist schlecht. Oh, jetzt kommt der damit an. Hallo? Er ist immer noch unten im Keller. Hä? War da grad, aber da ist denn jemand. Da liegt der Pumarang. Du hast den Pumarang aufgehoben. Du, 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 du hast dich allein lassen. Wir, wir alle rein rein. Ganz darf, ziemlich alles außer Aritja. An Erzi gestorben. Ja. Ich bin gestorben, bevor ich ihn gesehen habe. Ich bin gestorben, bevor ich ihn gesehen habe. Ich bin gestorben, bevor ich ihn gesehen habe. Ja, weil ich ja sonst nix reiße. Ich werde immer getötet von euch. Ich hab wieder tausend Kamerals. Hi Matt. Ich hatte nur noch einen Schuss. Warum hast du denn Licht dran? Weil ich mich eben im Keller dann das ausgemacht habe. Und man mich nicht kaum sieht. Hat super geklappt. Warum hab ich keine Waffe? Ja. Ja. Das können wir dir nicht sagen. Ich so, das wäre gelogen. Ihr könnt es sagen, wir wollen es nur nicht. Weil du keine aufgesammelt hast. Fucking nuschig. Komm Koba, du hell. Ich will meine Rache. Ich bin nicht gut. Wer war da gerade bei mir? Ich. Ach du schon wieder? Sehr witzig anzusehen. Oh, der Shotgun. Geil. Die Robo-Meisterin hat natürlich nicht gewonnen. Ja, sammeln sie doch auf. Er ist so, er ist tot. Ja, gut. Er ist tot. Ja, er hat mein Duell verloren. Wäre ich Traitor, wärst du jetzt tot. Ja, das könnte ja sein. Aber du warst ja kein Traitor, ich hab's geprüft. Was? Ich? Ich hab doch gar nichts mit dir zu tun. Ich rede mit Chris. Ich bin tot. Wer ist das da? Er geht zurück in dein Loch. Achso. Nein. Ähm. Fuck das shit. Das ist Drakken. Hat mich wiederbelebt. Oh nein, Chris. Nein, ich bin's nicht. Das ist Drakken. Warum hast du mich wiederbelebt? Ja, das ist keiner. Das ist für so Null. Das ist nicht, ich pass hier auf. Okay. Okay, Drakken ist es also. Aber ich versteh gar nicht, ich hatte noch 60 Leben und auf einmal falle ich einfach tot um von der Koba. Als wenn sie mir so ein Headshot mit der Koba gibt und man dadurch stirbt. Wo ist Drakken denn? Hallo? Leute? Hallo? Okay. Kann das sein, dass er wiederbelebt worden ist? Ja. Drakken hat mich wiederbelebt. Der ist gerade. Ja, der ist ziemlich laut. Was soll das für Geräusche? Er ist unten, glaube ich. Aua! Wo? Ich muss erst mal Starblade dippen. Die war doch hier. Aua! Das war meine Lieblingsposition. Nein! Wo seid ihr denn, ihr Ficker? Im Himmel. Ja, das merke ich schon. Leute? Hallo? Warum lasst ihr mich immer so alleine? Ich hab euch doch nichts getan. Ich hab alle gekillt, bis auf allen. Ja! Leute, Alter. Ich werd auch noch wiederbelebt, ey. Und trotzdem schaffen wir das nicht. Drakken schon so schön runtergezogen. Oh, geil, mein Ohr. Wait, what? Ich hab mir in den Auge gekratzt. Erstens, dachtest du wieder, ich wär Traitor, weil ich rumstand? Nee. Es war ja noch Preparing-Phase. Nee, ich glaub da war schon... Nee, da war noch Preparing-Phase. Aber mich wundert eher, dass du mich mit der Kroba... Ich hatte noch über 60 Leben und du tötest mich einfach denn mit einem Schlag. Als wenn du mir so einen Headshot geben würdest damit. Wenn du Kopfschuss machst, dann bist du tot. Ich glaub dir die Kroba-Mastery einfach gespielt. Es ist gar nicht mit Schutzwaffen umgehen, aber mit der Kroba. Genau. Könnte aber etwas nachteilig gegen eine Schießwaffe sein. Schießwaffe? Schießwaffe? Ja, Schießwaffe. Dinger heißen... Schießwaffe, die Dinger heißen... Schießwaffe, die Dinger heißen... Was heißt denn hier im... Nee, nee, geh mal weg. Ich bin geschnellert. Aua, ich bin nicht schneller. Voll auf den Arsch. Ja, du wolltest... Du wolltest es doch. Ja, stimmt. Na ja, ist so. Ja klar, stimmt. Wollt ihr jetzt wieder Salz? Oh, verdammte Leute. Warum sind wir alle hier? Warum haben wir alle Schrotzen? Und ne Kroba? Was? Hallo. Matt ist verletzt. Ja, ich hab ja auch... Oh Gott. Okay, sie möchte wieder. Ja. Du weißt doch gar nicht, dass wir hier hoch gehen. Hä? Ist hier grad einer von mir verschwungen? Spannender Kampf, ja. Also bei mir läuft alles. Ich glaub diesmal von mir, ich... Ach, der Deggen hat... Ah, nee, ich geh grad da unten. Warum? Was war das? Ach, das geht wieder in sein Kelle. Toll! Das hab ich schon wieder gewonnen. Ey, das ist jetzt schlecht. Das ist doch schrecklich. Alter. Ich bring dich da da unten an. Ach, ich glaub nicht, dass du's bist. Aber ich hab erst sie getötet. Ja, jede Runde scheiß drauf. Hey! Hey! Ist egal. Wie der mit Deck-Schrubber nicht umgehen kann. Pass auf, jetzt ist es jetzt. Macht mich gleich. Wer lebt denn noch so? Sag mal was an. Weißt du, Chris lebt auf jeden Fall. Der zielt auf mich. Ja, weil du nicht so lebt. Weil du dich grad geschlacken hast. Ja, ich schlag ja auch jeden hier. Das stimmt. Das ist nichts Neues mehr. Ich zerr ab. Was? Ich hebe ab? Und deswegen ist der hochgegangen. Chris. Oh, hier ist noch ein Fenster da. So, äh, hm? Hier wird geschossen. Ich hab's genau gehört. Ja, ich geh's auf Fenster. Find ich nicht nett, weil ich mach dich schon mit der Cobra kaputt. Domi, hast du Mett gesehen? Also, äh, ich... Mett's hab ich nicht gesehen. Also, bei mir ist da ja jemand. Ja. Also, wenn ich tot bin, ist es Mett. Ja. Ja. Mett und Ulricha sind da sitzen. Ja. Mett. Geh mir nicht her. Davon weiß ich nichts. Hallo Schnückelchen, ne? Willst du noch mal eine Kuckuck? Weißt du, die haut mir einmal auf den Arten schon wieder zusammen, oder was? Chris. Warum verfolgst du mich? Warum nicht? Weißt du, wie hast du erschreckt, ja? Oh, scheiße. Hinter dir, ne? Chris. Chris, guck mal, ich zieh ab. Hey! Twecken ist es. Aufm Klo, oder? Wo ziehst du ab? Ja. Er geht hier immer hoch. Ach so. Also, echt. Kann jemand mal den Brunnen reinigen? Doch, schlag ihn, Markus. Wozu hab ich euch eingestellt? Mett, Markus. Mett, Markus. Oh, das ist ein Friendship-Team. Der ging auf mich, du Idiot. Fuck. Oh. Weißt du, ein Friendship-Team geht direkt auf meinen Kopf. Mett, Markus. Oh, Mann. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Schaut in die Beschreibung rein, da sind die anderen Kanäle verlinkt. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Krass, kacke, bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.